In der letzten Aufnahme von SimCity hatte ich aus irgendeinem Grund keinen Ton eingestellt, außerdem gab es mit den Servern gewisse Probleme, deswegen habe ich das jetzt im Zeitraffer gemacht und ihr werdet jetzt die letzte Aufnahme von 14 Minuten in 8 Sekunden sehen, also bis gleich. Film ab. Musik 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 Hallo jetzt, wir kommen zu einer weiteren Runde SimCity, nicht Ace of Space, nicht Ace of Space und das ist scheiße laut hier. Das Spiel habe ich seit einer Sekunde gestartet und es regt mich schon wieder auf. Musik Und dann hier anwenden und ok und so, dann laden wir jetzt mal, Berlin? Ja Musik Ach ne, sorry, ich dachte, ja, weil ich wollte zu zedern, Tor, du wolltest doch diese andere Stadt da bevölkern. Ich will vieles, aber ob es geht, ist nur wieder eine andere Frage. Geht's immer noch nicht? Beanspruchen. Die betreten die Stadt Walnusskamm. ich hab ein FPS im ja, stills treppe-lama-flamm11 guck hier va11111111111111 ja... ach ja ich ht hier was gebaut und wut nicht gespalten geben aber die Autobahn crédit totell aus wieso kann ich jetzt keine andere Stadtbahn entspannen western ferment tres alles hat geladen. Ja. Nix. Sag mal Johnny. Nein. Ich habe eine Idee. Geh mal bitte ins Hauptmenü und ich geh auch ins Hauptmenü. Warum? Jetzt hab ich mal geladen. Egal. Wie komm ich ins Hauptmenü? Escape und dann drückst du zum Hauptmenü. Warte. Dann drückst du nicht, sondern drückst du auf Spielen und dann gehst du in. Warte. Okay. Ja. Spielen und dann? Dann drückst du, dann gehst du auf die Region und dann lädst du mich nochmal ein. Wie. Freund einladen. Hier. Einladen. Du bist jetzt eingeladen. X Ultimate X hat sich zum Spielen in dieser Region eingeladen. Quillierwater vor zwei Wochen. Nein. Was? Nein. Hier. Kann ich dich rauswerfen? Ja. Ich hab es. Juhu. Was ich mich jetzt aber gerade frage. Ja. Nein. Ich hab mich nämlich gefragt. Ich hatte 200.000 Simuleons an die andere Stadt gespendet. Ob die wieder weg sind, weil es ja wieder zurückgesetzt wurde und so. Vielleicht wurde es dadurch nicht gespeichert. Aber es scheint gespeichert zu sein, weil in Joninopoulos hab ich jetzt 799.000. Was? 792.000 so. Simulier uns. Treib gleich mal zusammen. Wuhu. Ich will keine Tutorials. Warum reden wir eigentlich so? Hä? Wie. Fickt euch. Das sind. Leckt mich. Dann kriegt die andere Stadt eben kein Geld. Fickt euch alle. Ich würde gerne jetzt hier laden. Danke. Halt's Maul ey. Kleiner Pisser. Okay. Ja. In der letzten Folge war das ja alles bisschen komisch wegen und so. Wegen den Server. Wo ist hier nochmal die Windkarte? Windkarte. Da ist halt so. Ah. Da. Ähm. Okay. Wind. Nein. Ich geht. Maja will weg von elektronischen Geräten. Ii. Warum sagst du, dass du was mitnimmst im Let's Play? Weiß ich nicht. Weil ich gerade von den Schatten beeindruckt bin. Oh mein Gott. SimCity. Das ist so realistisch. Was? SimCity. Was machst du da? Warum baust du da hinten? Was ist das überhaupt für eine Stadt? Man kann nichts mehr machen. Man kann in dieser Stadt nicht mal was machen. Machen. Weil man keine Straßen bauen kann oder was? Ist hier wenigstens hier ist nichts. Hier ist keine Eisenbahn oder irgendwas. Was zum Teufel? Das ist wohl die schlimmste Stadt der Welt. Naja. Ist immer noch Aachen. Hm? Das ist immer noch Aachen. Juhu. Atomkraftwerk. Wow. Okay. Ähm. Windkraftwerk. Wird aber gern irgendwo hinbauen, wo ich da noch erweitern kann. Weil hier kann ich ja nicht so gut erweitern. Ähm. Ja. Und so. Und einfach mal hinbauen. Ehm. 80 Minus. Ja. Dann machen wir einfach mal hier Wohngebiet-Tool. Einfach mal hier hinklatschen. Und dann kommen die Gewerbegebiete einfach hier rein. Und dann hier so ganz viel Industrie und so. Kann. Kann man nicht. Irgendwie kann man doch. Ah. Steuerung. Da muss ich nicht immer rum. Was? Mit Steuerung kann man einen so einen Kasten ganz markieren mit Werbegebiet oder so. Donny. Ja. Ich hab die größte Scheißstadt auf der Welt. Das war mir klar. Weil. Habe ich nicht noch gerade gedacht, dass ich was importieren möchte. Alter. Ähm. Ja. Abwasserrohr. Baut lieber nicht da hin. Sondern. Wo ist denn meine Wasserkarte? Äh. Das falsche. Was ist Wasser? 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 Was ist das? Kein Wasser? Das ist auch kein Wasser. Wie sieht dann bestimmt so ein Tropfen? Ist das? Ich seh's. Ich seh's wieder. Nur nicht. Ähm. Alter. Ah da. Ja. Das klatscht ich jetzt einfach mal da hin. Dann haben wir wenigstens hier schon Abwasser und alles mögliche. Ähm. Dann spulen wir einfach mal vor. Wir bauen einfach nebenbei noch ein paar Straten. Jeder bis hier nach ganz hinten. Diese Stadt. Ist unglaublich. Die ist wohl das unmöglichste was man einem Menschen zumuten kann. Warum? Weil man nichts machen kann. Oh. Mir fällt da was ein. Ah. Pause. 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 Ach. Das ist Pause. Du müsstest dir das mal angucken. Du kannst nicht mal Straßen bauen. Das ist ja so ein riesiger Berg. Aber du kannst auch keine Straßen hochbauen. Juhu. Das ist doch toll. Ich glaube du machst einfach irgendwas nur falsch. Ja. Das wird sein. Ah da geht's. Ich sag doch. Ich brauch hier so ne. Nein. Du müsstest mal gucken was ich hier für Straßen baue. So immer zickzack hoch. Sieht sich bei mir immer bei irgendwelchen Straßen Löcher verursachen. Ja das macht es auch bei mir. Wo hab ich eigentlich die Kohle und das. Okay. Da muss ich hoch natürlich. Ups. Das war gefällt. Das war gefällt. Er hat's. Zurück hier. Okay. Ist auch da oben. Okay. Äh. Habe ich glaube ich gar kein weiter. Na 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 na. Dann machen wir einfach hier wieder ganz weh in der Fee in der Fee in der Fee in der Fee. Saga machst du oder ich die Industriestadt? Ich baue. Werd hier nichts machen außer abbauen. Warte mach ich. Wollte ich denn hier eine Industriestadt bauen oder eine Gewerbestadt? Ich weiß es nicht. Sag äh Vorschlag. Was du willst. Die Industriestadt. Also wir brauchen wir brauchen extrem viel Industriestadt. Ja okay dann mache ich Industriestadt. Dann habe ich damit kein Problem. Ah ich bin fast oben und jetzt geht's wieder nicht oder was? Hier rein, da rein, da rein, da rein. Dann kommt hier rein das, das, das. Da. Sag da. Ey mach das was ich will. Ja, ja, ich hab's bald. Ja, diesen Müll bauen. Kein Plan ist das. Gemeindehaus oder so scheiß. Kein Plan. Dann. Fuck mich nicht. Ich hab's geschafft. Ähm. Stadtnamens. Cedan. Oh scheiße. Das war gefällt. Caps. Uhuhu. Ich bin so hoch. Ich bin so geil. Ähm. Das glaube ich dir nicht. Ja ich mir auch nicht. Äh. Wie viele Einwohner hatte ich? Ach jetzt reicht schon. Ich glaube dann reicht der hin. Du bist übrigens noch bei Skype auf, äh online. Ist mir jetzt egal. Wird mich hoffentlich schon jemand anschreiben. Halt's Maul. Ja aber ich kann, ich kann nicht aus dem Dings raus, Merlin. Äh. Äh. Hast du voll bitte Spasti. Doch. Mit Alt Enter. Ja aber dann hört er ja auf aufzunehmen. Das stimmt wohl. Also. Könntest du über dein Handy jetzt. Nein könnte ich nicht. Dann wird's hier nicht. Hier wird's nicht geändert. Oh diese Stadt. Marco halt's Maul. Du musst. Ja Marco du musst das jetzt noch unterstützen oder was? Ich hab Marco nicht angeschrieben. Neh. Alt Enter. Nehmt wir weiter auf. Ja nein. Ich weiß es nicht. Fick dich Marco. Marco. Leck mich. Weißt du was? Weißt du was? 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 Alter wo ist jetzt mein scheiß verficktes Sim City? Ich krieg zu viel. Mach einfach da rein. Ja. Ja. Merlin. Ich muss schon sagen. Es hat super geklappt. Weil jetzt funktioniert gar nichts mehr. Ich weiß es nicht Ja Aber SimCity will nicht mehr Du kleiner Hurensohn von Berlin Du kleines Spastenkind Jetzt muss ich meinen Fickt euch Bis gleich Alter, Alter Okay, bis gleich Hallo Netz Wir kommen zu einer weiteren Runde SimCity Im letzten Part hat man ja ziemlich gemerkt Dass das Meer ja auf meine Eier gehen kann Und wo ist das Flugzeug, was da fliegt? Was? Ah, da Warum fliegen eigentlich immer Flugzeuge über Guck mal bitte aus deinem Fenster Ja, aber wo landen die? Aus meinem Fenster, da sind Wolken Ja, irgendwo da oben sind auch Flugzeuge Nein Doch Nein Bei mir doch nicht Ganz sicher Was klar was du für Müll Weil wir sind niemals Flugzeuge Okay, ja ich weiß Bei mir fliegen da oben nur Atombomben rum Ja, das ist manchmal auch unter der Fall Die Stadt ist unnütz Ich dachte du hast es hingekriegt da oben Ja, aber ich kann auf dem ganzen Kampf keine Sachen bauen Juhu, so macht man es Und ich brauche aber sieben Industriegebäude Warum? Ähm Weil man sieben Industriegebäude braucht Oh, war Sportzeugen, juhu Da sieht man sich noch vor Shortzong Aber ich kann mich noch mehr geben